Amil hat eine halbe Sekunde Vorsprung auf Marta Bassino, zweite im Riesentoll auf Weltcup der abgelaufenen Saison und zweifache Siegerin hier in Sölden 2013 und 2016. Ja, attackiert. Die Läuferin, die den engsten Radius fährt, also wirklich kürzeste Wege, sagt er in dem Hang und er hat ja attackiert. Ja, macht Spaß, das sieht man. Ja, da merkt man gar nichts an Zurückhaltung, sehr frech jetzt in diesen Steilhang eingefahren. Mit Abstand die direkteste Spur bisher. Und baut die Führung aus, 8 Zehntel Vorsprung für Lara Gut. Schau, wie lässig. Will jetzt den vorne etwas hinlegen, den Damen, die noch oben sind. Driftet nur ganz minimal davor an, dass sie die Richtung macht und dann versucht sie mit viel Bewegung auch da immer wieder am Schwungende das Tempo zu machen. Ja, das ist cool. Super, Butter weit rüber, kleiner Fehler, aber ist schnell. An derselben Stelle wie im ersten Durchgang, auch da hat sie hier ein bisschen Zeit verloren, aber normalerweise jetzt Richtung Ziel. Wow, 7 Zehntel Vorsprung für Lara Gut bei Rami. Das sind die Weltbesten, die hier schon top in Form sind. Ja. Das muss eine neue Bestzeit sein, die vielleicht Brignone auch unter Druck setzt. Was für eine, was für eine. Unglaublich. Ich würde sagen, Lara Gut ist eine Söldenspezialistin. Ich würde sagen, Lara Gut ist eine Söldenspezialistin. Ja, das ist eine Söldenspezialistin.